Und ihr kriegt das Original hin. Oh! Oh! Nein! Haha, Dari! Ich gönne dir den Sieg. Ich muss dann schauen, ob ich das noch retten kann, aber ich muss dir ein Foto schicken. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Weil ich glaube nicht, dass sich das noch auszahlt. Oh Mann, schade, es wäre wursch spannend geworden. Ich habe ja nicht einmal dahin geworfen, das ist abgeprallt. Ich habe einen Tisch geworfen, Mann. Du schuldest mir... Nein, das ist für nichts. Das ist meine Schuld. Ich habe nur eine Maus gejietet am Tisch, wie ich es immer mache. Ja, es wird einfach schlimmer, es wird einfach schlimmer. Oh Mann, ich habe das Teil geliebt. Ganz großes Kino. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Daniel, drück mal K. Dann gewinnst du schneller. Hast du eine Ahnung? Was schreibst du? Ich schreib nichts, ich laufe auch. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung, wie man sowas wieder hinkriegt? Oder ist das Teil für einen Arsch? Oh nein! Alter, heute liebt die Leute... Ich habe das Teil geliebt, Mann! Oh! Das kannst du nicht reparieren. Also... Es zahlt sich halt vom Geld her nicht aus. Es geht schon, aber es zahlt sich nicht aus. Das Ding kannst du eigentlich schmerzen. Ich habe auch schon Bildschirme kaputt gemacht. Ja, aber du hast das Geld dafür. Nein. Nein, das hat sich nicht. Gut. Von mir aus. Das ist aber nicht sehr strebenswert, so sein wie du. Wenn ich jetzt so 4 zu 3 spiele, dann merke ich es nicht so krass. Ja. Es schaut viel zu witzig aus gerade. Alter Schwede, was soll denn der Blödsinn? Nein, ich bin... Weißt du, das Ding ist halt... Was soll ich sagen? Ich bin halt... Okay, also deine Maus ist nicht hin. Nein, nein. Okay. Oh, ich will ja nichts sagen, aber ich bin so happy. Ich bin so happy. Ja. Das ist der beste Tag meines Lebens, Mann. Ich kann nicht verlesen, wie viel Hilfe ich habe. Naja, du zuckst wegen mir bei Quake aus. Schreibt mir Nikos da jetzt.